So ihr Lieben, das war nur mal vorhin so eine RAM-Tour, wenn ihr mal gesehen habt ein Video. Aber jetzt, in diesem Video, zeige ich euch das Hotel hier, hier in das Hotel ABA, nee, sorry, das Aktivhotel zum ABA, das Stellhotel hier an Rund in... Hallo, schönen guten Abend, hier ist er erstes König von den YouTube-Kanalen Deiner Chance auf der Suche nach Neunabend, bekannt als hier noch das Abend, er ist der Merker, er ist das König der Amter, der YouTuber aus Würzburg. Und heute, präsentiere ich euch mal, was das Hotel hier, aktiv zum ABA, also Aktivhotel zum ABA, Drei-Sterne-Hotel, hier im Boden-Mais, im Ballschmalz-Bühnen hat. Also die machen hier, ich meine das Essen, Drei-Sterne-Mail-Essen, echt sehr lecker, ich glaube es ist echt Gutes heute. Man muss hier in der Früh, in der Frühstück gehen, dort, muss man dann so einen Tageszeitung-Zettel ausfüllen, das kann ja auch sein, dann Papilleritis gemacht. Und ja, das könnt ihr dann sehen. Und das Essen war gut. Es gibt eine Vorspeise, Suppe, Nachspeise am Ende. Nach der Vorspeise gibt es erstmal Salaten, schönen guten Salaten, dann das Hauptgericht und dann Nachspeise. Gut, die haben auch, auch immer, also das Essen, das Kranke ist dabei, nur wenn man Alkohol möchte, gibt es ja auch eine Alkoholkarte, da gibt es verschiedene Sachen drin, man kann hier wahrscheinlich Cocktail, Bier, Wein und so was soll ich alle da, speziell soll ich bestellen da, muss man extra bezahlen. Gibt es sogar von Schloss Kassel in Franken, ja, bei, ja, von Schwarmwerk, ein Wein, was die ein bisschen tieren, haha, ja, sie haben alles Schnaps. Wodka, Eis, Eiskaffee, alles was man noch besagt, würde ich sagen. Ja, und hier im Bayischen Wald ist ja schön, das ist gerade vielleicht der Bayische Regenwald. Naja, hinten leuchtet schon wieder da, das von Syrberg, die Spitze, das Kreuz leuchtet wieder. Ja, heute haben wir den Bayischen Regenwald, ne, was ist das Essen hier, ist echt gut. Frühstück voll viel, da habe ich, da esse ich immer mein Rührei, Ei, und dann macht, da kannst du selber ein Ei kochen, oder das Ei kocht, das Ei ist schon da, also kannst du selber ein Ei kochen, mit einem Ei, wie heißt das, so ein Tick, 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 oder? Kannst du selber einstellen, wie hart oder weich hat man das, oder schon vorher gekocht. Und Rühreier, dann gibt's, kann man noch Brötchen, wie sind dann Brötchen, was gibt's noch für Frühstück, Joghurt, alles. und Butter, Müsli, Quark, naja, ich wisch schon, Marmelade, Schokolade, äh, Nutella, Honig, Käse, Wurst, und will gerne aus solch. Und das drei, das, und dann kann, also beim Frühstück musst du dann ausfüllen, was du essen möchtest, an dem Tag, Tagesettel. Ob du sogar diese Suppe oder Cremesuppe, normale Suppe oder Cremesuppe haben möchtest, oder ob du was veganisches, normales Essen haben möchtest, oder was vegetarisches, oder veganes. Und dann kannst du ankreuzen, soll es klein sein, mittel oder groß. Und die finden dann noch hier Wellness an, haben Saunas, kurz, überall alles, muss ein Exportsaunen. Jedenfalls, in einem anderen Video hab ich noch eine Raumtour gemacht, und jetzt mache ich euch, dann zeig ich euch, wie das Essen war. Heute, am Dienstag. Nein, Quatsch. Heute ist ja Montag. Ja, schön ist der Bayerischer Wald. Aber wenn der mich fragt, würde ich hier gerne wieder Urlaub machen. Ja, in diesem Hotel. Echt. Diese drei Sterne ist es voll wert. Voller Luxus. Voll... Super. Du hast ja alles. Schöne Gegend, schöner Ort. Und Sommer ist das Beste. Da unten ist es ein Freibad. Und da hinten läuft man zum Zürberg, 30 Minuten. Und auf dem Wirken ist da ein Kneipp-Drehtbecken. Und in der Richtung läuft man dann zum, die Riesloch-Wasserfälle. Und kleinen Abersee. Und da ist auch da. Aber... Och... Das ist ja wunderschön. Justus over and out. Viel Spaß an dieses Video zuschauen. Und hier ist jetzt dieses... Wetter. Und hier ist jetzt dieses... Eine Kabel für Saat, große Kabel für Hauptspeise. Ha! Kleine. Oh! Lauchsuppe. Nach der Vorspeise und vor dem Hauptgang kommt das schon, ne? Guter Salat. Was ist das? Fleischwanzel. Kartoffelbrei. 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 Nachspeise. Schaut lecker aus. Die Vorspeise war schon köstlich. Das Grille-Decke. Stochini war lecker. Toffelbrei. Die Suppe von ihm. Und das Fleischwanzel sehr gut. Gibt's ja sogar Wellness. Hört sich gut. Oh, das reicht mir. Sauna. Also. So schön. So schön. Das ist der Hylberg. Ist das Hylberg?